Thomas hat auch erwähnt, meine Liebe zum Piano Blues und zu den melodiösen Stücken, wie sie an Jimmy Yancey und auch Montana Taylor gespielt haben. Und aus dem heraus ist auch eine eigene Welt des Piano Blues für mich entstanden mit eigenen Stücken. Und eines davon, die Zeit wird heute noch gut genutzt werden, aber eines davon darf ich Ihnen spielen und das heißt Mostauer Blues. Und aus dem heraus ist auch eine eigene Welt des Piano Blues. Und aus dem heraus ist auch eine eigene Welt des Piano Blues. Und aus dem heraus ist auch eine eigene Welt des Piano Blues. Und aus dem heraus ist auch eine kleine Welt des Piano Blues. Und aus dem heraus ist auch eine neue Welt des Piano Blues. Und aus dem heraus ist auch eine junge Kompluss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020